Hallo, herzlich willkommen zum Overview, kommen wir ein bisschen ran, da sieht man hier z.B. die Dachstuhe. Nein, er hat das Dach wieder abgemacht. Ja, musste ich, damit die Leute das auch sehen. Schön detailliert, das Bett, das Bett, der Bettverleger, das Federkiel, dann hier ganz unten das Entgeschoss, der Herr, der Schmiede. Ja, und hier ist die Schmiede, das ist der Herd- und Aufenthaltsraum, sag ich mal. Ja, und wenn man hier drückt. Jawohl, da hinten in der Ecke. Und das Feuer, sehr cool gemacht, sehr detailliert, wie immer. Sehr, 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 sehr nass. So, Sie dürfen auch fahren, jetzt wollen wir es auch ganz sehen. Trommelhöhren. Das kommt hier drauf, ne, einfach. Ach, da fällt schon was ab. Glaube ich. Wie geht das dran dran? So rum. Ja, warum ist das hier nicht genau, äh, fliegt in die Luft? Ich glaube, das stimmt nicht. Wo ist das da drunter? Da ist ja dieses Loch daneben. So gehört das. Ah, gut. Ja, nicht schlimm. Nicht schlimm, das sagst du ja den halben Tag, das ist schon alles nicht schlimm. Nicht schlimm. Es ist alles eine Katastrophe, wenn das nicht passt. Ja, ne, da so rum kommt das. Hm. Damit der Kamin auch durchgehängend ist. So. So, jetzt kann ich schon mal schön drehen. Ah, ja, und der Kamin, ne, jetzt ergeht da einen Sinn, ne? Jetzt ist er ganz, ja. Ja. Das Schildchen für die Schmiede. Kann man sogar hier dann auch draußen das Feuer sehen. Sehr cool. Ja, sehr, sehr schönes Set. Ja, sehr, sehr hübsch. Und dann kommt auch Kundschaft hier, genau. Bumm. Dann fallen die wieder einfach rum. Ja, sehr cool. Sehr, sehr schönes Set. Ich mach das Feuer von hier aus nochmal an, dann haben wir auch eine Luftfunke. Und wenn man Luft reinbläst, das geht. Ja, genau. Und dann haben wir auch eine Luftfunke. Und dann, Tobias sagt nochmal Tschüss. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal, was so weiter sein wird. So ist es. Mal jeden Mal. Mal jeden Mal. Mal jeden Mal. Wir wissen selbst nicht. Genau. Also bis dann. Ciao. 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 Ciao.